Ja, Hallöchen zusammen zu einem kleinen Video zu Minecraft. Ich habe mir jetzt nämlich ein bisschen so ein kleines Häuschen gebaut. Hier so eine kleine Höhle, hier so mein schönes kleines Bettchen, kaum FPS und sowas alles. Baut sich gerade wahrscheinlich alles ein wenig auf, weil das Ding gerade schon einmal abgestürzt ist. Hier eine kleine Farm und alles. Hier eine kleine Höhle. Ja, es baut sich noch auf. Hier noch ein kleiner Raum. Und dazu dann noch... Also ich, ich, ich habe... Äh, Creeper. Geh weg, geh weg aus meinem Haus. Geh weg aus meinem Haus. Das ist alles teuer, das ist alles teuer. Geh weg. Huh. Alles ganz nett. Hier noch ein kleines Haus, da ist aber eigentlich nichts mehr drin. Das war quasi erst so mein Starthäuschen. Dazu dann hier noch ein kleiner Steg, wo ich so mit den Booten losfahre. Ähm... Was zeige ich jetzt als erstes? Ich, ich hatte jetzt... Ich bin ja sowieso so ein Bootsfanatiker, deswegen habe ich mir halt so einen kleinen Dings gebaut. So einen kleinen Steg, ne? Und fahre dann immer mit meinen Bötchen hin und her, ne? Und, ähm... Bin dort hinten dann... Ne, wo fange ich jetzt an? Um Scheiße auf, ich baue uns mal eben kurz ein Boot. Ja, jetzt muss ich das erstmal alles sehen. Zack, 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 zack. Ähm... Setze ich mal was da hin. So. Rein da. Komm, komm. Hä? So. Hier rein. Ups. Äh, ich habe nämlich... So. Äh... Dort hinten Schon mal Ein... Äh... Spinn-Dungeon gefunden. Zeige ich jetzt. Ich zeige die jetzt alle, ne? Denn das ist Ziemlich unnormal, was ich jetzt alles auf dieser Welt schon gefunden habe An Spawnern. Also deswegen zeige ich jetzt erstmal den hier. Komm. Fahr, 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 fahr. So, ich hoffe mal, der bleibt jetzt hier stehen. Weil das, äh, würde ich gerne weiter benutzen, das Boot. Jupp. Bleibt stehen, schön. Ähm... Hier ist nämlich der Erste. Da habe ich jetzt noch keine wirklich professionelle Falle gefunden. Das, äh... So erfolgreich ist sie nicht. Also man sieht hier... Spinn-Spawner. Gut. Ähm... Ist eine ganz einfache Tränkfalle. Die funktioniert aber leider nicht ganz genau, weil... Ähm... Ja, ne? Funktioniert halt nicht. Gut. Ähm... Dann zur nächsten. Als nächstes habe ich mir gedacht, ich, ähm... Bau mich so... Ich habe so eine Höhle gefunden, die war direkt am Wasser. Da dachte ich mir, ey, los, komm. Da baust du so einen Tunnel mit Wasser, wo du dann so mit einem Bötchen durchfahren kannst, ne? Habe ich mir jetzt gedacht. Da fahre ich jetzt mal durch. Ist sowieso erstmal eine ganz große Premiere für mich, da überhaupt durchzufahren. Ich bin da sonst immer nur zu Fuß reingegangen. Wenn ich durch die ganzen Blätter hier durchkomme, ey. Höh... Höh... Wenn mal... Ich fahre mal so rum besser. So. Ist übrigens auch ganz nett hier an so einem, ähm... Wald gelegen. Ist ziemlich nett, ja. Ups. Komm. So. Lenken, ey. Mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Äh, so. Hier durch. Ähm... Das müsste jetzt irgendwo hier um die Ecke sein. Einmal hier durch. Ups. Jetzt irgendwo... Wo war's denn? Ne. Noch einmal um die Ecke, glaube ich. Äh, ist ja kein Problem. Fahren wir eben kurz hin. Das könnte ein paar Fährsrückler geben. Tut mir ja leid. Moment. Ist doch hier. Ja, es ist hier. So, ich warte mal eben kurz, dass es sich wirklich aufbaut. Weil so mit den ein paar FPS ist das ein wenig uncool. 15. Aha. Da kommt Scheiß drauf. Ich will eigentlich auch nur kurz, äh, was zeigen. Da reichen die paar FPS eigentlich für. Deswegen fahre ich hier einfach mal rein. Hui. Schwupps. Ja, okay. Also ich muss da noch ein bisschen dran was verändern. Gut. Ähm. Darum geht's jetzt nämlich auch nicht. Ähm. Es geht nämlich eher darum. Ups. Einmal hier durch. Was ich zuerst einmal hier gefunden habe. Tada. Ein weiterer Dungeon. Und, Moment mal, jetzt muss ich eben kurz den anderen suchen. Ich meine, der war hier oben. Ah, ja, hier. Hier. Noch einen, bäh, Zombie-Spawner. Ist, das ist doch nicht normal. Wie viele Spawner ich hier habe. Ich, ich, ich meine, ist da irgendwas an den Biomen verändert worden, dass da jetzt so viele spawnen, was ich irgendwie nicht ganz so ganz mitbekommen habe oder so. Weil das ist ja echt abartig, was hier alles ist. Ich, ich kann mir gar nicht so viele Fallen ausdenken. Na gut, ähm, ich hoffe mal, ihr, äh, habt euch das Video so schön angeguckt. Ähm, paar FPS, äh, haben halt gefehlt, ne. Tut mir ja leid, aber passt schon, hoffe ich mal. Gut, ähm, Wir sehen uns in einem anderen normalen Video wieder. Haut rein, Leute. Tschööö.